Willkommen in der revolutionären Welt der Rotlichttherapien, präsentiert von Smart Technologies. Pionierunternehmen für UV- und Rotlicht-LED-Geräte. Heute präsentieren wir die neuesten Fortschritte in der Wissenschaft und alle Möglichkeiten, die sich hinter dieser bahnbrechenden Technologie verbergen. Gemeinsam werden wir untersuchen, wie es funktioniert, warum es so effektiv ist und welche außergewöhnlichen Vorteile es seinen Benutzern bietet. Die Nachfrage nach nichtinvasiven Rotlichttherapien aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit und heilenden Eigenschaften steigt ständig. Eine wissenschaftlich erprobte Technologie, die darin besteht, die Zellaktivität zu stimulieren. Eine Behandlung, die einen Wendepunkt im Angebot medizinischer Kliniken, Schönheitssalons, Sonnenstudios und Hochleistungssportzentren darstellt. Sicherheit ist eine Maxime von Smart Technologies. Wir bieten professionelle Rotlichttherapiegeräte an, die nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und für eine überragende Wirksamkeit hergestellt wurden. Wir freuen uns, heute einen Leitfaden zu Behandlungsprotokollen anbieten zu können, der dabei hilft, die Vorteile und den Grund für eine hohe Kundenzufriedenheit besser zu verstehen. Ein Angebot an professionelle Geräte, von spezifisch Rotlichttherapiegeräte bis Hybridbräunungs- und Verjüngungsgeräte, erhältlich in vertikaler und ergonomisch hochkomfortabler horizontaler Ausführung. Jedes Gerät wurde sorgfältig entwickelt, um eine wirksame Behandlung sowie ein einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen. Lassen Sie uns nun tiefer in die Wissenschaft der Rotlichttherapie eintauchen, um Ihren Mechanismus besser zu verstehen. Unsere Haut besteht aus Billionen von Zellen und auf molekularer Ebene befindet sich in jeder Zelle ein kleiner Energiegenerator, die Mitochondren. Wenn rotes Licht mit der Haut in Kontakt kommt, stimuliert es einen natürlichen Prozess der erhöhten Energieproduktion durch die Mitochondren. Der Effekt? Erhöhte Collagenproduktion und Aktivierung natürlicher Zellreparaturprozesse. Im Grunde aktivieren wir die natürliche Photobiomodulation der Haut, einen Prozess, bei dem Licht die Zellfunktion beeinflusst. Mit Rotlichttherapien versorgen wir die Haut nicht nur mit mehr Energie, wir beleben sie in ihrem tiefsten Inneren. Begleiten Sie uns auf dieser Phototherapie-Reise, die ein hohes Maß an Wohlbefinden fördert. Entdecken Sie, wie unsere professionellen Geräte das Angebot diversifiziert und den Gewinn steigern kann. Mit Smart Technologies investieren Sie in ein intelligenteres Geschäft, was auch der Gesundheit Ihrer Kunden zugutekommt. Medizinische Zentren, führende Schönheitskliniken, sportbegeisterte und sogar Einzelpersonen, jetzt erhält die ganze Kraft des Lichts eine neue Dimension im Dienst von Gesundheit, Wohlbefinden und Schönheit. Sowohl für diejenigen, die eine Zellverjüngung suchen, als auch für diejenigen, die zusätzliches Collagen anstreben, das eine Textur mit weniger Falten und mehr Volumen wiederherstellt. Smart Technologies hat das Rotlichttherapiegerät, von dem Sie schon immer geträumt haben. Hören Sie auf, Trends zu folgen, sondern führen Sie sie an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, denn die Zukunft der Hautschönheit und Gesundheit ist mehr als brillant, sie strahlt.